Moin! Willkommen zu einem kurzen Besuch an der Vogelfluglinie. Wir starten am Hamburger Hauptbahnhof. Dort fahren die Intercity-Züge in Richtung Burg auf Fehmarn ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Nördlich von Neustadt liegt der ehemalige Bahnhof von Hasselburg. Hier kann man nicht mehr ein- und aussteigen, aber Züge können sich kreuzen. Der Streckenabschnitt zwischen Neustadt in Holstein und Puttgarden wird ab Ende August 2022 für mehrere Jahre geschlossen. Die Strecke wird dann umgebaut für eine höhere Kapazität. Diese Arbeiten sind nötig, da mehr Züge auf dieser Strecke fahren sollen, wenn der Fehmarnbelt-Tunnel nach Dänemark fertiggestellt ist. Die Strecke wird dann umgekehrt. Die Strecke wird dann umgekehrt. Die Strecke wird dann umgekehrt. Der Intercity ist wieder auf dem Weg nach Hamburg. Als nächstes sehen wir zwei Regionalbahnen der Linie RB 85. Zuerst nach Puttgarden, dann nach Lübeck. Diese RB und die IC sind die einzigen Zugattungen, die hier planmäßig fahren. Der ehemalige Bahnhof von Großschlamin ist heute fast vollständig zurückgebaut. Die Strecke wird dann umgekehrt. Die Strecke wird dann umgekehrt. Die Strecke ist für die Strecke und der Strecke. In der langgezogenen Ausweiche bei Beeschendorf sehen wir die Kreuzung zweier Regionalbahnen. Die RB85 fahren tagsüber alle zwei Stunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor dem Bau der Brücke muss es hier einen Bahnübergang gegeben haben. Hier steht noch das ehemalige Wärterhaus. Der nächste Bahnhof nördlich von Beeschendorf ist Lensan. Dort gibt es noch einen alten Lagerschuppen und eine ehemalige Ladestraße, sowie dieses gelbe Stellwerk im Stil der 1960er Jahre. Wir sehen die Ankunft und Abfahrt einer Regionalbahn nach Lübeck. Die Bahnhof 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 Die nächste RB 85 nach Fehmarn ist nicht nur leicht verspätet, sondern auch voll besetzt. Das dürfte auch daran liegen, dass mit dem 9-Euro-Ticket noch mehr Fahrgäste als sonst an die Ostsee fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Abschluss seht ihr noch den nachmittags IC nach Burg auf Fehmarn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Damit sag ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Abschluss seht ihr noch?